Die virtuelle Fachtagung von United Interim gehört inzwischen zu den wichtigsten Veranstaltungen im Interim-Business der DACH-Region. Für die dritte Fachtagung, jetzt am 27. März, haben wir wieder ein hochaktuelles Programm zusammengestellt und wir decken alle Themen ab, die jetzt gerade für die Interim-Management-Professionals wichtig sind. Aber natürlich auch die Themen, die für die Einsteiger wichtig sind, also für Menschen, die sich jetzt dafür entscheiden mögen, ins Interim-Business einzusteigen. Interessante Projektanfragen und neue Aufträge sind ja das, was die meisten Interim-Manager gerade jetzt am meisten interessiert. Und die Pandemie ist ja immer noch nicht ganz vorbei und hat tiefe Spuren in der Wirtschaft und auch im Interim-Business hinterlassen. Absolut und daran führt jetzt überhaupt kein Weg mehr vorbei und deshalb müssen wir damit umgehen. Die Schwerpunkte bei den Kunden haben sich verändert und verschoben. Es wird digitalisiert, was eben zu digitalisieren ist und damit ändern sich auch komplette Wertschöpfungsketten. Und in der Folge daraus ändert sich genau das, womit Interim-Manager ihren Kunden jetzt in die Zukunft werden helfen können. Ganz wichtig dabei, die Art und Weise, wie Angebot und Nachfrage zusammenkommen, wird immer digitaler und wandert zunehmend ins Netz. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wie Interim-Manager in diesem veränderten Umfeld sich optimal selbst vermarkten können und neue Kunden gewinnen können. Ja, worin wird sich jetzt die dritte virtuelle Fachtagung von den beiden Vorgängervor veranstaltet unterscheiden? Eins war uns ganz besonders wichtig. Wir werden sicherstellen, dass der interaktive Dialog zwischen allen Beteiligten sehr viel stärkerer ausgeprägt sein wird. Melden Sie sich jetzt an. Gehen Sie ganz einfach auf die Homepage von United Interim und dort finden Sie alle Details. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind.